Ich wünsche allen einen schönen Abend. Mein Name ist Hermannia und ich soll heute ein bisschen was zum Westen geben. Ich fange mal gleich an mit Herrn Händel. Herr Händel geschrieben mit E, so ist er geboren worden. Toller Mensch, er hat sich dann integriert in England mit A, was ich vorbildlich finde, eine vorbildliche Integration und die Integration war so stark, die schlug zurück ins Heilige Römische Reich und da schloss man dann ein Kompromiss mit dem Umlaut E. Also so eine Integration hat man noch nicht gesehen. Und dann habe ich hier von dem Herrn Händel, konnte heute leider nicht kommen, aber ich habe das Spiel jetzt selber eingespielt und das ist genau von ihm. Und ich habe einen Text dazu beigesteuert. Ich habe ihn noch gar nicht gefragt, wo er damit einverstanden ist. Ach, Herr Harten, ich sage das einfach mal. Das heißt bei mir, wie ich habe das Wort. Also der Georg Friedrich hat das nicht autorisiert, aber ich habe das nicht autorisiert. Den Berg literally panisch. Ja. Ich habe das nicht autorisiert. Das ist meinichen Der Georg Friedrich noch nie. Kehl am Schad, kehl am Dorst, Rüe und Tuna, kehl am Bauch, zählen der Reh, Tuna und Tuna, kehl der, kehl der Sinterkohol der Hause. Kehl am Bauch, zählen der Reh, Tuna und 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 Musik 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 Me ist la cour? Me ist la cour? Me ist la cour? Nachred'in und amur? Me dont das war, amur, ist jener Tag Vielen Dank.